willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer wo bin ich denn hier gelandet ich meine schön ist es hier ja aber nicht so schön wie in winden hallo bist du denn wir versuchen hier gerade den mindcast aufzunehmen ja ja mindcast schön und gut aber wir werden auch einen podcast zusammen aufnehmen scheinbar erst in deiner zukunft gehe einfach auf sigmundus-podcast.de und folge den spuren spuren was für spuren du ich muss jetzt aber auch los aber vergiss nicht wenn vögel fallen und kinder verschwinden dann ist klar wir sind in winden willkommen zum mindcast deinem virtuellen wohnzimmer für alles rund um spiele filme und serien sowie alles was dein nerdherz höher schlagen lässt und hier sind deine gastgeber marcus und christian tag nerds hier sind christian und marcus eure nerds von nebenan und das ist immer noch keine richtige folge ihr habt gerade unsere neuen trailer wahrscheinlich gehört den wir extra für euch neu aufgenommen haben im jahre 2022 weil sich ein paar sachen geändert haben der christian ist nämlich mittlerweile teil des podcasts und im alten trailer war ich ganz alleine da das ist alles nicht mehr aktuell deswegen haben wir jetzt zum jahreswechsel gesagt da muss was neu gemacht werden damit sich auch der geneigte neue zuhörer hier im mindcast zurechtfindet muss ich ein paar sachen dazu sagen ich bin marcus die eine hälfte vom podcast und staffel 1 die jetzt vor euch liegt wenn ihr die folgen in der reihenfolge hört ja die war ein bisschen schwierig der technische start war ein bisschen holprig das werdet ihr ganz speziell in den ersten zwei drei folgen hören das wird nach hinten raus besser keine sorge aber generell muss ich sagen war ich da noch in der selbstfindungsphase was das podcast angeht inhaltlich und vom aufbau war das auch alles noch ein bisschen durcheinander ich habe viel ausprobiert aber das ist gar nicht schlimm das ist trotzdem gut also hört euch das gerne an aber zur staffel 2 hat sich ein bisschen was geändert und da kannst du ja noch mal ein bisschen was zu sagen christian vielleicht ja ganz genau und zwar nach circa 40 folgen bin ich dann zum mindcast gestoßen als der marcus dann gemerkt hat ja so alleine ist das dann doch vielleicht ein bisschen langweilig immer nur monologe halten ja und jetzt versuche ich die monologe so ein bisschen mit meinen eigenen monologen zu durchbrechen was wirklich eine herausforderung ist aber gut ich versuche ich versuche mein bestes ihr werdet das auch merken von folge zu folge wird mein sprechanteil immer größer und wo wir jetzt gerade bei den folgen sind geändert hat sich dann mit meinem erscheinen dass die folgen etwa jetzt eine stunde lang sind und wir beide prinzipiell ein übergeordnetes thema haben über das wir sprechen aber es kann natürlich auch vorkommen dass wir so ein bisschen abschweifen nicht markus und ja ich hoffe ihr habt sehr viel spaß beim hören sowohl der ersten als auch der zweiten staffel dann mit mir dabei ja und viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen ich glaube jetzt sind alle auf dem neuesten stand wir wünschen euch ganz viel spaß mit den folgen und ja ciao bis dann und viel spaß beim hören abos liken kommentieren in social media rumschicken und so weiter ihr wisst wie das internet zeugs funktioniert ciao tschüss